So, kurz aufmachen die Dingsen hier. Alter. Ist das dein Ernst? Der fährt mich um! Was ein Spacken, ey. So ein Filmlappen. Oh, naja, egal. Ist ja super KI. Ja, wehe. Alter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Arma 3 Workshop Mission. Diese nennt sich Infantry. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir wollen auch direkt mal dieses Intro hier leicht skippen, weil die eh nur quatschen und dann direkt loslegen. Okay, dieses Morgen ist es ziemlich heiß. Wir gehen in as part of a large offensive to eliminate enemy presence in this sector. They'll probably throw some heat our way, but we shouldn't face too much resistance. 3rd Infantry and 10th Mountain are taking the main Central Assault in the mountains. We'll join Alpha Squad and approach from the North. Bravo Squad will deal with any resistance on the main road to Evdera. Once we seize Evdera and clearing the rest of the area, we'll meet Shion's Black. Meister, sag mal fahren. Das wird ein bisschen langsam hier. Und mit deiner Heckkamera scheint es nicht besser zu laufen. 500 Meter. Mit dir will ich nicht in Urlaub fahren. Da kommen wir nie an. Nie! Lass mich fahren jetzt! Los! Wie heißt du eigentlich? Bist du Armstrong? Bist du Armstrong? Wer von euch ist Armstrong? Bin ich Armstrong? Ich weiß es nicht. Leute! Ich werde gleich killen. Oh, wir sind gleich da. Soll das jetzt der Feind herstellen? Ready! So, kurz offenen die Dingsen hier. Alter. Ist das dein Ernst? Der fährt mich um! Was ein Spacken, ey. So ein Filmlappen. Oh, naja, egal. Ist ja super KI. Ja, wehe. Warte. Fuck! Man down! Ist der bescheuert? Jetzt hat der... Also Leute, ehrlich. Das hätten sie immer ein bisschen... Ja. Herrlich. Ist der Mann von mir hier schon down. Naja. Äh. Ich weiß nicht, wie du hießt. Und wer es auch nicht mehr wissen wollen... Ich renne jetzt noch da vorne. GPS am machen. Ja, das ist der nächste Point. Meine Güte. Das hätten sie auch echt noch ein bisschen besser skripten können. Irgendwie, also... Dass der Typ uns an der Abwurfstelle... Äh... Direkt tötet, weil er uns umfährt. Das ist echt... Echt beschissen. Peterson, are you up? Good to see you again, Armstrong. Das ist Armstrong. Nein, ich bin Armstrong. Thanks. Anything in particular we should know? Ich habe eine scheiß Stimme. Das ist nicht so crazy. Wir sind nicht zu viel Besitzung. In der Valley zu den Norden. Aber wenn wir sie mit ihnen... Ich würde ein paar Feuerteams aufpassen. In der Lage zu sehen. Okay. Papa Bear, das ist Alpha. Wir sind in Position und warten für die Order. Over. Papa Bear, das ist Bravo Actual. Wir sind in Position und warten für die Order. Over. Okay, Alpha. Beginnen wir nach der Valley. Als wir in eine gute Position sind, fliegen die Village, Radio in und Bravo wird den Attacken beginnen. Over. Roger that, Papa Bear. Alpha ist in und aus. Out. Okay. Hoffentlich lassen sie das mit ihren scheiß Funksprüchen, weil das ist mal übertrieben schlecht aufgenommen. Das hätten sie sich sparen können. Okay, die handeln hoffentlich etwas selbstständig. Ich habe nämlich keine Lust, schon wieder so viele hier zu befehligen. Den nervt. Ihr seid wie Kinder. Da guckt euch an. Ja. Ich habe nämlich auch nicht genug Lollis für euch mit, um euch zu belohnen. Also warte mal. Ich werde mir jetzt mal, weil ich euch nicht doof einfach folgen will. Assaults Valley. Caesarea. Da sind wir jetzt. Okay, wir sollen diesen Weg hier lang. Die einen da, die anderen hier. Okay, ich werde jetzt mal... ... grob den Bereich markieren. Das ist alles auch noch zu Fuß wieder. Mitch! Jetzt hätte ich die Frage, wie wir uns hier am besten nähern. Welcher Punkt ist jetzt der, den ich markiert habe? Maschinen-Gunner habe ich direkt auf der Location. Ich habe aber kein Scharfschützengewehr. Ich habe kein Scharfschützengewehr. So wird es nicht. Maschinengewehrschütze und Infanterie, gell? Ja, ja, erst mal über den Weg da lang. Ja, 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 ihr fleißigen Menschen, gucken wir alle hinterher. Ich muss sie wieder befehligen. Ich hasse es, Leute. Ich hasse es. Okay, von hier aus haben wir natürlich einen guten Aussichtspunkt. Und sind natürlich auch selber sehr leicht einzusehen. Mal ein bisschen beobachten. Kann ich von hier her trotzdem mal... Oh, da unten. Achso, das sind unsere Leute wieder. Wenn wir uns mal bei denen sammeln. Das sind doch unsere, oder? Ja. Warum sind da nochmal welche? Das ist doch gar nicht das Aufgabenziel gerade. Ja, ich bin natürlich wieder verletzt durch den eigenen Hunter, der uns da umfahren musste. Ist herrlich. Ist ja nicht so, dass es eben allgemein hier schon etwas schwer ist. Naja. Ich bin schon wieder ein bisschen am Umheulen, ne? Merkt ihr das? Schlimm. Schlimm sowas. Ich werde versuchen, mich hier ein wenig professioneller zurückzuhalten. Mein Name ist Armstrong. Ich glaube... Eigentlich müsste man das doch jetzt mit dem Mond irgendwie, ne? Ich bin hier ein altes und nicht auf dem Mond. Ich habe nur die falsche Abfahrt genommen. Falscher Bildungsweg. Und schon lande ich bei der Army. Na, herrlich. Stell dich mal nicht so an. Blüm, 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 blüm. Okay, großartig. Gefahr. Mitten auf dem Gelände hatten wir jetzt nicht, um hierher zu kommen. Ich werde das wahrscheinlich direkt abgeknallt. Weil das doch nicht unsere sind, die mir aber mit grüner Schrift markiert worden sind. Begriffen sind unsere. Aber warum? Warum? Okay, entweder habe ich das Briefing nicht ordentlich gelesen Und wir sind jetzt leider Gottes Die ihre Route abgegangen Und wir hätten durch Den Wald gemusst Ist ja an sich nicht das Problem Dann gehen wir einfach jetzt querfeld ein Ich hoffe einfach mal, dass es richtig ist Wie ich das jetzt hier gerade vorhabe Ja, halt doch einfach noch ein bisschen still Ist zu viel verlangt, wa? So viel verlangt Okay, wir können weiter Okay, hinter dieser Bergkuppe Müsste denn dieses Valet, dieses Dorf Im Endeffekt liegen, was wir angreifen sollen Beziehungsweise einnehmen sollen Jetzt bin ich mir mal gespannt Ob wir hier mit Feindkontakt zu rechnen haben Scheint mir alles relativ ruhig zu sein Aber ich und mein blindes Adlerauge Wir können uns ja auch mal irren Okay, wenn jetzt nichts weiter passieren sollte Bis wir da hinten bei dem Berg oben drauf sind Oder sonst irgendwas Dann werde ich einfach mal kurz cutten Damit ihr nicht diesen ganzen doofen Laufweg Die ganze Zeit mitmachen müsst So Sind jetzt wieder auf 190 Meter ran Ich bin noch über diesen Berg Weiter gegangen Weil einfach nichts kam bis dahin Jetzt sind wir relativ nah dran Und ich dachte, hier schalte ich jetzt einfach nur wieder ein Ich glaube jetzt sind wir so nah dran Dass wir doch schon Echt mit Feindkontakten zu rechnen haben Davon ging ich zumindest aus Aber Einem Anschein nach Ist hier wohl doch noch nicht allzu viel los Guck, meine Leute sind noch hinterher Ich kriege auch keine Meldung Dass hier irgendwer zu sehen ist Also das vor uns hier ist The Valley Also das Dorf Boah, wir kommen hier aus einer ganz beschissenen Position Wir kommen von unten ins Dorf rein Ich glaube dummer geht es eigentlich gar nicht Ja, jetzt habe ich mir natürlich diese Position ausgesucht Wir könnten uns natürlich noch links Oberhalb verschieben Darauf zu beobachten Aber wir sind schon direkt davor Irgendwie, also Na, haltet mich für zu riskant gerade Aber ich denke, das werde ich so machen Ich glaube, die Gefahr ist hier auch wieder sehr gering Ich bin nämlich jetzt hier Assaults the Valley Alpha to Papa Bear We are in Position and ready to encircle the village Over Roger that Alpha Bravo, commence the attack Over This is Bravo Actual We are Oscar Mike See you soon Alpha Bravo Actual out Die Funksprüche sind echt Sowas von tödlich für die Ohren Oder schreibt mir mal in die Kommentare Ob ich da jetzt überreagiere Aber das ist doch ekelhaft Ich meine Boah, das kriege ich mit Keiner Ahnung Wenn ich in eine Box reinspreche Und da irgendwie den Gegenton als Mikro benutze Dann kriege ich da wesentlich bessere Qualität hin Als die Scheiße Und ich gucke mal eben schnell auf die Karte Achso Conquer the area Das heißt, wir müssen jetzt im Endeffekt hier wieder rüber Noch nicht ein Feindkontakt gehabt Dabei habe ich so viele Leute dabei Aber hier kommt doch bestimmt wieder gleich irgendwas super toll überraschendes Was bin ich gleich geübt? Patterson, Nichols Levin, Sykes, Taylor, Larkin, Hawkins und Campbell Ihr habt mir euer Leben anvertraut Ich werde damit so gut es geht umgehen Seid mir aber nicht böse Wenn ich euch einfach mal als Kanonenfutter verfüttern muss Oder ihr sterbt, weil ich die Feinde nicht sehe Es tut mir jetzt schon leid So Jetzt kann keiner mehr sagen Dass ich Die Leute nicht wenigstens darauf vorbereitet habe Auf was sie sich hier einlassen Mein Gott Dass meiner hier immer außer Puste sein muss Oh, Männer, scheiße, da unten Alter, ich treffe wie ein Kacke, nachladen Er hat mich noch nicht geblickt Doch, jetzt Oh, fuck Ich muss mich verbinden, Leute Macht sie fertig, komm, komm, komm Oh, da höre ich ein MG von uns Sehr gut Tot Oh, halt doch still Nein, schwer hat mir die Knarre gegeben Was ist denn das? Ist die geeicht? So, kurz noch Liegen bleiben, nachliegen Lachliegen, genau Für Beobachten nachliegen Das gelenden Okay, wir gehen Vorsichtig weiter in die Richtung Ja, du stehst Du stehst gar nicht offen hier rum Ja, aber wenn du sagst Area ist clear Dann glaube ich dir das mal Du bist ja immerhin Ein Bot Eine KI Das musst du schon wissen Da unten Alter, seht ihr die nicht? Ich sehe Bewegung Räufig, 200 Meter Lach Sie sind verarschen, oder was? Warum habe ich den letzten ersten gesehen und ihr wieder nicht? Sie dürfen uns hier nicht alle killen die ganze Zeit Da unten, wieder wer Warum legt er sich zum Teufel nochmal Direkt an das Haus Was? Okay Ich glaube das ganze Dorf ist voll Ja, ist klar Wir sollen auch das Valley Platt machen Okay, ich habe bisher erstmal keine Bewegung Den Berg selbst Sicher auch irgendwie nichts Also Patrouillen scheinen nicht großartig rumzulaufen Kontakt, Maschinengunner 300 Meter South West South West Jetzt muss ich erstmal selber gucken Wo ich selber das gesehen haben möchte Da Da Was ist das für ein Aim? Ich bin drin, aber ich treffe nicht Jetzt Noch einer Fuck, nachladen Cover me Seht ihr den nicht? Alter, jetzt ist er Da drüben kommt auch noch wer Ja, der hinter der Wand da hinten aber nicht Ja, right up the head Den links müssen wir im Auge behalten Der kommt aber bestimmt gleich raus Und da, da lebt immer noch einer Alter, schweiler Der ist down Was ist mit ihm hinter der Wand da hinten? Okay, den müssen wir uns dann gleich holen Was tut ihr? Da Stirb Meine Güte, ey Okay, pass auf Ich würde sagen Wir sollten hier oben Im höher geliegenden Gelände bleiben Oh fuck, 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 fuck Scheiße Oh, da hinten Oh, da hinten Oh, da hinten Oh, da hinten Den hab ich gar nicht gesehen Wo kommen die denn hier überall? Los, weiter geht's Komm, komm, komm Area clear Area clear Das glaube ich nicht so ganz Ich verzieh mich hinter den Stein da Und dann gucke ich mir das alles nochmal aus der Position an Okay, hier seh ich auch keinen Tatsächlich mich Oh man, ey Ich weiß nicht, ob meine Leute so schnell nachkommen Ich muss da ran Bevor die sich jetzt in den Gebäuden verschanzen Da hab ich noch weniger Lust zu Dass die uns dann Aus den Gebäuden raus platt machen Okay, aber erstmal scheint die Luft zu weit rein zu sein Nein, da nicht Da vorne noch Okay, der ist tot Right? Leute Wohin? Wenn ihr Aufklärung habt Sagt doch mal an, wo Boah, da vorne direkt Scheiße Da Meine Güte Geht doch Ich seh die so schlecht, ne? Kommt, weiter geht's Kommt Unter gegenseitiger Deckung, wenn's geht Okay, aufpassen Okay, hier scheint Keiner zu sein Doch drunnen Man, 75 Meter Front Alpha, bravo, this is Papa Bear Satcom is detecting an enemy force moving south to Abdera Prepare defensive posture and do not lose the city Machine gunner, 75 Meter front Meine Fresse Mach den kalt, mach den kalt, mach den kalt So, mein Freund, was hast du schönes dabei? Wetter Saphir Perfekt I need ammo Das Ding hier rauf Area clear Passt doch Leuchttrap braucht kein Schwein Könnt ich trotzdem nicht mehr benutzen Hier, die komischen Rauchgranaten braucht kein Schwein Was seht denn noch so'n Ding aus? Das war's Was ist denn da für so'n Pistole Das wollen wir auch mal Gut Für den scheiß Ifrit Wird ich Wahrscheinlich Gleich Oh, siehst du? Da ist schon mal die Munition Jetzt noch die RPG Das ist bloß die Katiba Ich brauch die RPG Da ist sie Sehr gut Okay Also von hier unten kommen die Feine im Endeffekt Kann man sich hier gut positionieren Oh ja Eigentlich Muss ich schon sagen Geht das ganz gut Von hier aus kann man gut wirken Jetzt bloß noch eine kleine Position für meine Leute Ich würd sagen Könnt ihr euch auch mal hier irgendwie in Position bringen Am besten wäre es doch So eine Hausserei So jetzt guck ich mal kurz wo hier überall in Position geht So jetzt guck ich mal kurz wo hier überall in Position geht Ja Gehen da ganz gut in Position Dass sie da stehen ist jetzt nicht so ganz optimal Ja wenns geht dann möchte ich ja natürlich die Grundlegende Arbeit Übernehmen Ich denke mal das war der Sektor aus dem wir jetzt Feinde zu erwarten haben Riffleman 400 Meter 300 Meter 400 Meter 400 Meter Ja Naja wenn ich ihn nochmal sehe Äh Wäre das schon ganz cool dann würde ich ihn auch erschießen Nein theoretisch Nein theoretisch Oder wo habe ich ihn gesehen Da hinten Trühen Z. Was Z. 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 Maschine Gunner, Mann, 300 m, Bearing 3, 4, 5 Target that Rifleman, North Enemy Spotted, MRAP, Mann, 300 m, North Wo ist das M, der MBT hin? Enemy Spotted, Maschine Gunner, Medik, 300 m, Bearing 3, 4, 5 Enemy Spotted, Soldat, 300 m, Bearing 3, 4, 5 Ist hinter der Kuppe? Oh, Scharfschutz Contact, AT Soldat, 300 m, North Scharfschützen, die wäre so toll jetzt Alter! There's an enemy, MRAP, 200 m, Right up ahead Oh, Fuck Man, 200 m, Front Maschine Gunner, 200 m, Front Gezielter Schuss, Alter Hoffentlich schaffen wir den Rest auch Der ist auf jeden Fall down! Der ist so down! Der ist so... Kann ich hier abspeichern? Oh, ich kann's speichern! Ich kann's speichern! Sooo... Gott, da kommen die! Wenn ich mir jetzt mal ne Knarre... ... ist das bestreckt ein Hund? Ja... ...ein Hund ... 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 Jetzt muss ich die scheiß Knarre wegpacken hier. Und? Läuft da grad... Da läuft ein Hund. Meine Güte, ich will doch bloß ne andere Kanone. So, was hast du denn schönes? Ne Kativa. Sieht gut aus. Ich nehme das Ding raus. Kativa rein. Ja. Ich will nicht gleich rum. Das schnell. Wirken jetzt. Oh komm. Bissi Munition mitnehmen. Und dann werde ich mir meine... Alter, riecht dich bloß ab. Von der Position einnehmen. Von der ich vielleicht ganz gut wirken kann. Wenn es hier sowas überhaupt gibt. Ich hätte jetzt gern ein Scharfschützengewehr. Doch. Meine Leute können mal... 200 Meter. Front. Copy. 200 Meter. Right up ahead. Rifleman. 100 Meter. Front. Soldier. 200 Meter. Front. Machine gunner. 200 Meter. Front. AD Soldier. 100 Meter. Front. We got a man down. Versuche euch zu unterstützen. Bleib locker. Bleib locker. Bleib locker. Bleib locker. Die sehen mich natürlich direkt. Das kann doch nicht ernst sein. Man down. Ja könnt ihr auch mal irgendjemanden töten oder seid ihr zu blöd dazu. Da. Komm der eine ist down. Dann kriegen wir noch ein paar von hinten. Marik. Weiter vorgerückt scheint noch keiner zu sein von denen. Da oben. Da unten. Oh mein Gott. Wo sind die anderen da? Ja. Nachladen. Ja ja genau. Es hat mich einer. Ehm. Wo denn. Alter. Mensch da drüben. Stirb bloß sag ich dir. Target down. Machine gunner. Medic. 200 Meter. Front. Soldier. 100 Meter. Front. Wie viele kommen denn danach? Boah. Da unten. Ja. Nicht auf mich einschießen. Nicht auf mich einschießen mein Freund. Fuck. We lost one. Es hat sich schon wieder einer auf mich eingeschossen ne. Was ist daran so schwer jetzt zu treffen? Alter. Ach. Boah. Boah. Ne. Ich bin tot. Ich bin ganz dichter. Nein. Tone ist noch einer. Oh mein Gott. Der ist noch einer. Ah. Scheiße Oh fuck 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 Ich glaube von hier bekomme ich auch keine Hilfe mehr Bei ihm verschwimmt schon alles Ja und ich muss gleich irgendwas zu barzen holen Scheiße Da oben Oh man ey Oh meine Weißt du was Ich ruhe ab Komm schon Wo ist der Typ Da Oh nein Den treff ich niemals Oh meine Ich ruhe Ich ruhe Dabei hoffe ich noch einmal Komm schon Ich ruhe Okay Rüber Ich ruhe 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 Bis zum nächsten Mal.